Ui, was war das denn? Ach, endlich ist Frühling und die Sonne ist schon richtig warm. Uff, schon wieder. Die Frühlingssonne kitzelt wohl in der Nase. Ja, gute Idee. Oh Mann, jetzt ist der Fisch weg. Uff, was ist das nur? Ich werde doch nicht krank. Herein. Das ist lieb von euch, aber ich glaube, daraus wird nichts. Ich habe keine Taschentücher mehr. Nun muss ich Toilettenpapier nehmen. Ach, ich bin schon den ganzen Tag nur am Niesen. Egal, was ich tue. Die Nase läuft, die Augen jucken. Schuldige Dominik. Ich rieche gerade jetzt bei der Dase zu. Hier drinnen bei geschlossenen Fenster geht's, ja. Ich glaube, ihr habt recht. Ich sollte wirklich mal zum Arzt gehen. Hallo, ich habe keinen Termin, aber besteht die Möglichkeit, dass ich heute noch rankomme? Ja, kein Problem. Danke schön. Hallo? Hallo? Bis zum nächsten Mal. Ja, das bin ich dann wohl. Ja, also ich muss den ganzen Tag niesen. Meine Nase läuft und meine Augen jucken. Ja, also ich muss den ganzen Tag nennen. So bist du es. Wir haben uns gleich für den nächsten Tag zum Picknick verabredet. Mann, bin ich froh, dass diese Nieserei endlich ein Ende hat. Ich genieße jetzt die Frühlingssonne.